Hi und Willkommen! Mein Name ist Daniel Welby! Und mein Name ist Metal Mario Master! Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Country! Ja und zwar in Welt 3 mit dem Level Orang-Utan-Gang. Wo sind denn die Orang-Utans? In der Gang? Ah! Das ist ein Metallistik. Ein explosives Öl, oder was? Nein, nein, nein. Ah! Ich hab's kaputt gemacht. Au! Was? Ja. Ist das passiert? Oh. Ja, der Orang-Utan-Gang. Ein Level, wo es insgesamt 5 Bonus-Level gibt. Wir werden natürlich nicht auf Anhieb alle finden. Das heißt, wir werden offscreen dann auch nochmal nachgucken müssen, wo die denn alle sind. Ja. Ja, wenn man ihn an dieser Wende, ne? Oh. 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 Das ist auch mal auf Expresso reichen. Ist das nicht schön? Übrigens, äh, die Club Tops, die tun mir nix. Die können wir nix. Wir können Expresso nicht erreichen. Oh. Ich hab nur gesprungen, ey. Du bist rumgefallen. Ich hab D gedrückt. Offensichtlich nicht gut genug. Da ist er. Da ist er. Monkey Kong. Oh. 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 Dann müssen wir fliegen. Okay, dann fehlt der Pro, hab ich gerade gemerkt. Ist doch egal. nein ganz natürlich keine geht damit ich dachte das wäre nicht klar ich dachte das war so viele space gesehen da ist es passiert ach Mist vielleicht kriegen wir noch einen zweiten ex-personen irgendwie ich glaube nicht ja du 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 nein wie schade kommende machen wir meinen stich mit mir nichts ja sind mitten aus dem nix gekommen ist dazu fassen adidas die ganze zeit ich drücke sprechen sieht mir aber nicht so aus jetzt zeigt immer wie man das nur ansprüche hat gefällt dir nicht mag sich wenn ich weiß nicht mehr wenn spiel ansprüche hatten geschafft ja beinahe aber wir haben ja genug leben ja irgendwie also wir können uns hier in ein oder anderen fail erlauben ich werde schon genug damit ich werde uns schon genug mit felds versorgen diese kann ich kann sogar noch genügend um es doch zu schneiden ja ich kann es ja kommen wir hatten mein du hast ja der letzten sind dauntless ich war ich habe ihn getötet nur für dich verarschen dass man sich das machen das gilt wie bei den folgenden wo du von auf die fresse bekommen hast ich habe es gesehen ja da kann man so lange besser es war weiter spielen das monate jahr der wahl aufgenommen haben recht jetzt ja juli oder so haben wir das letzte mal gestimmt ich tue die sachen jetzt erst mal hochladen das ist ja wohl schon draußen nicht unbedingt müssen muss ich nicht wenn der bildschirm kamen wir haben das gesicht von den zuschauern haben immer gestiegen weil jetzt war ein gesicht von ihnen so gruselig aussah dann kann irgendwie andauerten laden wir schon hier ist war er kam das spiel zu machen ja ich glaube das muss ich mir nicht noch mal machen wir werden einfach oft ich werde einfach aufs kühlen um alles absuchen und gar sein wirst besser aber dann ist das passiert ich weiß ich bin sehr motivierend ich weiß es kommen kommt ja was sehr viel länger vorher als es sein sollte also hier diese beiden mehr wie aus nix kommen natürlich nicht aber machen wir machen wir natürlich alles auf screen wie man es noch mal erst mal klem city ein wasser level stadt das sind solche musik wie dieses land auf deutsch heißt dieses level auf deutsch heißt markt aus dann ich auch nicht aber es heißt wirklich so das ist ja wie ganz gestorben ist jetzt machen wir auf einmal schaden natürlich machen die fische schaden bei dem ersten wasser haben wir gar keinen schaden machen weil ein schwer fisch hat ist das ist ein gas mehr ohne ohne dass auch nein wir haben dann haben sie sich einfach nicht berührt das ist ja nicht dass ich alles alles leben hier umbringen will die sind dann die graziöse schwimmen macht das sehen wir sind wichtig ich mache das nicht extra kann man ganz weg und dann sieht schon so ein bisschen auch wieder extra waren habe ich ja ich mache mal nicht extra das war wirklich keine absicht du schaffst du sie sind sie sich glaubt an dich Da war so... rechts mal, glaub ich, irgendwie längst... Nee, ich dachte noch ganz oben, aber auch nicht. jetzt war auf uns zu schießen ja wir sind mit zwei affen unter wasser mit unendlicher luft das war ja durch das ballon geplatzt da ist wie meine träume wie meine träume von ruhe und geld vor allem geld und vor allem ehre ich möchte aber nicht raus ich möchte drin bleiben schwimmen so wie du noch nie geschwommen bist endlich da hat ich werde durch nein ich wollte auch mal einen abschließenden ich habe noch mal bis dahin schaffen würde wenn sie sterben jetzt raus ist ja gut oh mein gott bombe wie rumble ja sie sind ja diese viele jahren machen wir dagegen fast gegen wir das ist voll schmerz aber du darfst gleich den abschluss machen ich brauche nicht dein mitleid hey ja 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 das ist gut zu stehen deswegen genau die beiden das ist ein schäppchen nein weiß nicht wir haben genug extra leben Oh, irgendwann sag mal rechts so jemand. Nein, das sollst du doch nicht tun. Du sollst halt rechts behoben. Okay. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Was haben wir überhaupt in dieser kalten Jahreszeit? Nee. Weiß ich auch nicht. Wir werden jetzt suchen bei der, bei der Kälte. Wir sind Affen, die können alles überleben. Was ist denn da noch nicht? Check out. Aha. Genau, wie ich mir gedacht hatte. Oh, was ist denn da? Ja, oder genau, was ich befürchtet hatte. Ein Ohr? Ein Ohr. Das hatte ich auch befürchtet. Oh, oh, oh. Okay. Es war kalt und ich konnte keine Luft da drin. War es zu kalt? Die Krawatte hat mir die Luft abgeschnitten. Au! Okay. Wollte eigentlich nach unten schießen. Nach unten? Ja, nach unten. Okay. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nein. Boah, Alter. Wir müssen doch nur nach oben, ne? Ja. Ja. Irgendwo waren wir die Ratten. Was? Oh Gott. Schieß dich raus. Oh, was? Was? Das ist eine Abkürzung gefunden. Yes. Gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Und zum Ausgang, bitte? Wollen wir das überhaupt machen? Wir haben wahrscheinlich wieder Dinger verpasst, ne? Ich glaube, ich war sowieso ja drauf. Nee. Oh. Es ist geschafft. Und wir haben alles gefunden. Oh. So, weiter. Slip Slide Ride. Okay. Ich kann ja gar nicht zu dir wechseln. Nee. Ich komm da ran. Ich bin großer Stark. Ich hab große Arme. Ich hab lange Arme. Nein, kann ich nicht. Okay. Komm mal rein. Danke. So. Ich nehme an, das tut weh, ne? Mit der Treppe. So. Du stabil komm. Okay. Ohne! Oh. Oh! Das ärgert dich, ne? Übrigens, bei diesem blauen Seil musst du nichts tun. Die, äh, Slip, mei. Einfach automatisch nach oben. Okay. Was gehts? Was geht? Ich bin wieder da. Ah, ist das nicht schön? Schön. Oh die, oder? Wie behalten? Hier, hier. Genau. Ich wollte einfach den dagegen schmeißen. Wir wissen, wenn wir mal das machen können. Ja, bis dahin jetzt da unten, wo man lebt. Au! Au! Was springe ich weg? Und ich springe weg. Okay. Nein. Okay. Boah. Kam aus dem Nix, ey. Kam einfach aus dem Nix. Hä? Was? Hm? Ich glaube, du freust dich doch so langsam mit dem Spiel an, ne? Nee. Ich garantiere dir, du wirst dich mit dem zweiten Teil einfach besser anfreunden. Okay. Weil dann hab ich halt den schwierigen Charakter. Warte. Und so bajstäbieren wir ko. K u n g. G – o o g l e. googeln die kreis die kreis nach oben bringen erinnert mich an den schlimmsten kann ich hier gesehen habe ich weiß nicht mal wieder als fahrneid wenn man es so kommt wir müssen jetzt was lang ist und stabilisieren was ist das richtig so n i n t e n d o nintendo mein leben ja ich mache alles für ein leben und ich wäre irgendwie zwei leben diese polizei bei der feuerwehr wenn diese dinger wo man da runter rutschen muss also du meinst diese wir sollen runter rutschen in dem film sind irgendwie nach oben rutscht ja da ging da war irgendwie ein film da weil ich bücher waren böse leute haben die bücher verbrannt als beruf und keine ahnung hat sie irgendwie weil nicht die wache irgendwie verlassen anderen sind allerdings wie in so ein ding gegangen sind nach oben rutscht irgendwie weiß nicht das haben wir meine schule guckte und irgendwie ich war der einzige der die ganze gedacht hat alle anderen weil sie nicht mal einfach nur vor dem film geguckt haben wahrscheinlich nicht irgendwie weil nicht und so einfach so mit dem großen topfag irgendwie war ich der einzige der irgendwie gedacht hat hey bemerkt nun jemand an dieser film scheiße ist ja das ist so so und die menschen stehen einfach auf verdummung was ist das noch nicht der hauptcharakter ist montag ja da hast du mich gerade nein ich würde gerne wissen wie der film heißt wenn ich mir selbst ein bild davon machen kann da ist fahrenheit irgendwann fahrenheit irgendwas fahrenheit und dann irgendeine nummer glaube ich habe da noch nie irgendwo ich habe das mal auf youtube oder so gesucht habe die gefunden haben wir müssen müssen wir machen machen wenn wir diese haben über den party beenden ja das ist der offizielle weg ich komme an wo wir uns endlich kommt das hat sich gerade falsch eingefügt ist alle hausse verzeichnet noch außerdem gut ja ist h h h h da schaffen wir noch 24 minuten und der baller trägt schon ein wo sind wir noch wo sind die mani die ego und sind ja wir sind die man muss das baby da ist wenn man kann man kann stross überhaupt fliegen das physikalisch eigentlich wenn ich gar nicht so bestimmt aus dem seh ich einfach nur so das stellen die die ja jetzt nicht mehr auf rein na schon wieder so gesehen ja i don't even know how i do i have no idea how to brief nein 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 ja ich wollte sagen muss das denn nein da das wir jetzt dann durch muss ich sagen hatte ich welche eine schöne abgang gemacht aber würde ich gewesen ich hätte auch noch mitgenommen so dass dann noch wenigstens hat nun mitgenommen also die hast du das oben mitgenommen habe ich nur ein leben ja strauß expresso das war natürlich für mich einfach machen würde das denn man weiß nicht ein bisschen weiter entfernt ja irgendwie sehen kann man das kommt also ja ich verstehe was du meinst wo kommst du denn her ja du bist ein affe und du bist du hast du nichts zu verloren das genauso wie kurde was haben wir hier zu suchen die passen wir gar nicht hin noch nicht angepasst das klima so wie wir jetzt ich habe mir auch bewahren ich schiebe das mal darauf dass es rutschig ist und das hier reisen ja glaubt ihr mir doch oder nein ich glaube nicht soll ich zeige euch meinen trick nein ich wollte mich jetzt mal auf das fass springen warum war ja habe ich nicht den kollegen ja ausschalten ich glaube dafür brauchen wir expresso man kann man nicht auch cappuccino holen nein darum ist nicht nee da oben ist ein bonus level ich nehme an hier kommt ich weiß nicht machiato da hat man fast in die fresse geworfen nein ich hab doch gerollt man du kannst doch nicht in die reinrollen wieso nicht weil ich vorne schaffe zähne ich dachte das ist nicht klar nein wie ist das nicht klar man glaubst du überhaupt darauf dass mir irgendwann in diesem spiel klar ist ey hast du gesehen wie ich spiele du spielst doch verdammt gut nein nein da sieht sie auf diskussion mit mir her ich versuche es zu messen ich versuche eine diskussion mit dir aufzubauen ich meine es bewirkt ja immerhin was boink also ich wut ja sie ist voll hohen du 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 mei du 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 huh ne ja gut das geschafft man aber auch alles noch ich glaube ja ich glaube ja ich glaube spring arbeiten dauern jetzt auch nicht so lange ja aber jetzt zeige ich euch meinen Trick Hatte das gesehen? Geil. Dann kommt trotzdem noch nicht da oben. Geh weg, ey. Ich brauch deinen Mitleid. Geh rein! Jetzt geh gefälligst rein, ey. Klapp mich ab. Jetzt geh schon rein. Okay, okay, ist ja gut. So. Da muss man sich verdienen, ey. Du hast es doch verdient, alter. Ja. Ja. Was zur Hölle? Ich verdiene mir das schon. Ich hab drei Dinger. Das reicht mir. Du hast nur zwei. Ne, dreiartig, glaub ich. Ne Moss. Ah ja. Ich würde mal sagen, ich springe über die Seil, dann darfst du weitermachen. Okay. Ich meine, du hast es nicht so mit Seilen. Das ist jetzt gerade einfach beinlich. Ey. Das ist jetzt mal kacktisch, weh. Dieser blöde Affe. Dieser blöde Affe. Nein. Nein. Ah, jetzt lass da durchgehen, wir haben schon 31 Minuten. Ja, ja, ist ja gut, ey. Ah, warte, ey. Stabiliert. Oh. So. Ah, jetzt hier durch, mein Gott, ey. Ja. Ja. Ja, geil. Ja, geil. Ja. Ah. Okay. Okay. Alter, du machst den Trick, ey. Alter, du hast es gemacht, ey. In die Fresse. So. Jetzt raus hier. Oh, die sind noch mit der Rolle. Gut. Vier. Wir müssen sowieso noch mal hier rein, also kriegst du sowieso das. Die Fünfe. Okay. Und würde ich mal sagen, dann geht es in den nächsten Pannen. Havel mit Croctopus Chase. Okay. Bis dann und ciao. Bye-bye. Ich habe ja An sei. Ihr Tonto, Montague, je course. Genau. Wir lassen denvard hope. Bis dann. Wir sehen uns noch mal! Vielen Dank.